Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachts-Special 2017. Jeden Tag werden Folgen erscheinen, sofern alles klappt wie wir es gerne möchten, siehe Internet oder YouTube. Und wenn es alles passt, dann gibt es jeden Tag um 12 eine Folge mit Kunterbunt und Kogakli. Das ist... Wer ist ein Kunterbunt? Na, Topfbuntes. Wir spielen hier ein Weihnachts-Modpack selbst gebasteltes. Mod-Liste wird wahrscheinlich am Ende veröffentlicht, das werde ich dann einfach so in die Beschreibung mit reinschmeißen. Ist das selbst gebautes? Ja, werde ich einfach so die ganzen einzelnen Mods aufschreiben, äh, einschreiben. Kann man sich schnell über bestimmte Plattformen zusammen machen. Ich werde auch links wahrscheinlich mit reinschmeißen, dass das noch schneller geht. Und ja, dann starten wir mal in-game. Boah, Pindel. Jo, schon sind wir in-game. Da hängen wir rum. Bisschen vor lauter Bildhaltig, was wir machen sollen. Ähm, so. Sind das du Kiste oder ich? Ich würd' sagen beide. Okay. Ich hab's überhaupt gesagt, wer ich bin. Ne, ne? Achja, ähm, das hab ich jetzt ganz verbindelt. Jo, wir spielen hier mit meiner Freundin Seno Jörg Party. Ähm, ja. Dann gehen wir mal los hier. Dann gehen wir mal was. Das gibt's ja. Gibt's sogar eine Weltkalender und alles. Ja, wir verlieren die Hälfte. Ach, nehm du ruhig den Rest, das ist egal. Ja. Ich hab das im Moment, aber ich brauch. Irish Lack? Jo, nimm du. Lass mal. Ich mach erst mal hier auf. Zwei mal die kleinsten. Ist doch das nicht, ne? Boah. Einmal Doppel und einmal Blut. Gel聲 Was? Ich hab, wie schon? Wieso? Ja, aber ich hab echt immer so пон wanted und dann glaub ich mir einfach so ja auch fünften. Ja, wo ist das? War das Eindrückt. Gib mir erst einmal. Die Folgen haben wahrscheinlich so in den nächsten 15 und 20 Minuten stehen. Seitdem wir haben unseren Spaß dabei und machen doch ein bisschen länger. Ähm... Was? Was nehme ich denn? Speed 2, Jumboost oder Haze 2? Na da ist aber echt der Arschkart, ich habe in einer alles zusammen. Na 10. Das ist das Glücksspiel, kann ich nicht so viel. 1, 2, 3, 2, 1, erstmal Speed. So, kann ich jetzt auch nicht voll wie du bekommst. So, was haben wir denn jetzt? Siebener Deck, siebener Deck, neuner Deck, bestimmt noch neuner Decker. So. So. Schade, jetzt schneide ich ja nicht mehr. Ja. Darf ich mein Ding seinmachen? Dann machen wir jetzt? Ja. Oh. Oh ja. Also. So, wo gehen wir hin? Ähm... Ich habe die Gegend... Geh mal hier hin erstmal. Ja. Ich habe die Gegend nicht großartig erkundet. Man sieht, es ist alles zugefroren, was wahrscheinlich so untypisch innerhalb des Spiels ist. Ich habe mir die Ohren. Ich habe mir die Ohren. Ja. Ja. Ja, das ist doof. Ja. Ich habe die gerade ausgemacht. Wir haben ja uns eigenen gedienstet. Oder? Mal schauen. Mal schauen. Ja, die an. Man sieht, wir spielen sogar auf dem Homesauber. Das macht sich praktisch, wenn man jemand andersetzt. Ja, das ist ein bisschen anders. Ich habe nicht fertig gegessen. Wasser? Ja. Wo hast du keine Erdnperle bei? Ja, hab ich gesehen. Eisen? Die Schere. Die Erdnperle hast du nicht. Du musst aufpassen, die Wiese sind gemein da oben. Ja, da ist noch eins. Da ist noch eins. Aufmerksam, alle Archivements. Aber auch irgendwo die Riesen tragen, ne? Okay. Also willst du weitergeben jetzt nicht? Nein. Ich habe eine Hose, willst du auch einen? Ja, nein, 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 nein. Ey, das muss ich mir gesammelt. Vorsicht! Der ist ja nicht der Gedingsterbutz, der hat sich da angekommen. Was ist denn das? Ich brauche ich noch was zu essen? Oh! Äh, habe ich gerade nichts. Ähm, warte mal da, lass uns mal gucken, ob es ist OP drin. Kann ich mal schnell was ohne Versammlung nehmen? Nee, OP ist auch. Ja, ja, am Zaubergang. Ja, wir haben auch keine Handys, ob die OP sind dann. Warum? Okay, jetzt. Ja, duどもnst. Ja, ich brauche vier. Ich habe mich nur in Sicherheit gebracht, weil ich nur noch anderthalb Leben habe. Wir dreh leider uns ruhig noch um Dienstleer, was er ist. Uh, ich habe was... Wir haben die eigene Mod drin, dass wir unterschiedliche Essen müssen. Ehhhhhhhhh! Ehhhhhhhhh! Soooo! Soooo! Jawoll! Geil! Kannst du mich herkommen? Alle Dinge sind... Da, Einer zu müssen. Einer ist weg, ich hatte noch einen Stamm. Wir müssen aufpassen, jetzt ist die Config so scheiße. Dass wir größtenteils nichts machen können. Wenn wir voll sind und wir verlieren, unser Zeug ist vorbei. Wieso denn? Unser Zeug verlieren? Wenn du voll bist, dann verlierst du deine Ringe. Bisschen. Bisschen schwierig, weil ich von hinten kann. Naja. 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 dann nachher nein ja und warum mal 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 nicht gibt es aber schnell auf ja 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 wo muss ich denn nachher das ist merklich muss nicht halt einfach so mir macht es nicht einfach das ist bei mir leckt das ist echt zum Beispiel hier kann ich diese Karten dann das geht doch eigentlich noch das will so ist gut dass ich so geschlafen war und habe wenigstens kein kleines Mädchen gemacht ich habe hier einen Lack ich gucke mal ich kann das nicht einfach aus Uda ich habe gleich zu geprüft was mich in euch mit dem auch nicht ich bin einfach wieder da äh Kirosami mit nachher haben wir b wir nicht ich habe nichts aber wir haben den haben ich also ich dass du w w du und Mal gucken, was haben wir denn da so schönes Sonne. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir alle ein bisschen viel sind oder so kommen. Ich hab Dörfchen besetzen davon. Dann flühen das. Naja, ich meine das war von der Stadt, das war nur 5. Achso. Wenn ich den heiße. Morgen. Ich weiß, das war so simpel wie banalerweise. Na nö, 4 Flint, wer nicht? Na wie man sieht. Ich bin schon nass und soll den 2 mal aufziehen. Ah, das war das. So. Ah, dann 3.30 Uhr jetzt ich grad sehe. Das 3.30 Uhr ist ja. Da 3.30 Uhr, die die heißen. Ich hab 32 Minuten. Welches ist jetzt das? Exakt. Da kommen Schneebälle geflogen. Das fühlt sich so komisch dazu. Ich bin noch nicht mal da. Ach so, das ist so ne... Voll vorbei. Ich bin nicht los da. Äh... Jawohl. Warum nicht? Ich will mir ausgehen mit den Weihnachten nicht. Du nicht? In die Ferne. Ach so. Ist das gut? Hm? Ich dachte gar nicht. Kannst du doch machen. Das ist doch wieder wangert. So, aber eine Tegel gibt es ja nicht mehr. Hm, mach nicht. Ähm... Und... Müsstest du normalerweise haben? Ja, kann ich zu kochen. Komm her. Kommt die andere Seite auch bitte. Das bleibt nicht. Das friert eh wieder zu. oh 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 um um oh 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 Was haben wir denn hier so für schöne Weißung? Weiß ab Weiß ab Weiß ab Boah, Spray Oh scheiße, wir haben uns eine schöne Hänge rausgesucht Wieso? Jetzt bleibt ein Vampire Nehmen wir Oh, mach doch, ich gucke hier erstmal schluss Wir haben den Bogen schon überschreusen, oder? Zeittechnisch So kaufst du mir nun auf Nehmen machst du den Stopp und dann Ich hätte gesagt, das war eine halbe Bundeskarte Das war's zum Glück So mein, ich werde ein bisschen überwürdig Soll ich nochmal so, die Folgen werden auch nur bei mir kommen So 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 Also, ich kann schon früh Ich könnte Ja, ich weiß. Mach du mal mehr, du? Ja, du hast du noch mehr, du hast du? Ja, du hast du das. Ich weiß, du hast du viel. Du hast du viel. Du hast du noch mehr, du Pitzki. So, dann machen wir mal das Werkzeug. Warte, Holz kannst du dir auch geben. Hä, wo ist denn das Holz? Du musst ja mal anfangen, oder? So, dann machen wir das Holz. Wieso man nicht sagen, was ich damals noch erfüllen würde? So, was noch? Ähm, Gläuze hast du noch? Nee, die Kiste abschneiden. Das bringt mal raus. Das wird schon in der Nacht. Jetzt sollten wir uns mal raussuchen. Ich bin da auch so. Wir haben noch Zeit. Das... So, ich hab schon nur die Ziele. Das sind wahrscheinlich die Tools, die die Schütze aufpassen. Also, ich würde das hier nehmen. Wir haben noch mehr Platz. Oh, mein Gott. Egal. Egal. Dann bleibt du da, Bibi. Ja, ja, ja. Ist da eine Bande? Ja, wir gehen zu da. Ja, wir gehen. Ja, wir haben noch mehr die Bilder aufgenommen. Ja, ja. Ja, ja. In dieser fetten Augen kann ich das hinterher rein. Ja. Ja, 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 ja. Das ist so wie so ein Huhn, die wir machen schon. Ich glaub das. Ja, ja. Es bewegt sich auch. Es bewegt sich auch. Äh, äh. Ja. Es ist viel bewegt sich nach dem Tod weiter. Ja, Okay. Ja, ich liebe Freunde. Ja. Ja, vielleicht? Ja, vielleicht gibt es noch! Ich nehme noch einen Schaden! Die sind nicht ganz gut. Sie sind nur Kamikaze, oder? Ich hab da schon wieder was Nerviges. Da fällt die Feste. Nur den dicken Pups hier vom Tisch. Also nicht wundert, wir haben ein bisschen, wenn im Hintergrund es uns ja begleitet, knallt, kraft und blaut, dann drehen gerade Katzen wieder auf. Da kann ich also leider nicht mehr sagen. Ja, mir dauert immer alles. Mach mir mal fix den Spitz an, dann geh schon mal ein bisschen stein. Ah, ja, den Kalender müssen wir heute machen. Das ist meine Wichtigkeit. Ich buddeln mir die Mausen an. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. So, dann werde ich meinen Adventskalender machen. Dann werde ich ihn kaffnen. Ähm, ich werde nichts sagen, warum er das hier ist. Ich glaube, wo ich gestorben bin. Da ist bei mir recht viel weg. Wie geht denn da? Ach, nee. Hey, 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 hey. Hm. 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 Was? Ich hatte einen Schweiß in meinem Gesicht. Ui, he, he. Scheid. Hm. Hm. Ich hab eine Zuckerstange. Hm. 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 Ich hab ein... Was? Was hab ich dir gerichtet? Straw... Strawberry... ... oder nicht? Also Eiscreme. Hm. Guck mal. Bündchen. Oh, das Bündchen. Die Bündchen. Die Bündchen. Okay. Dann... Hm. 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 Ja, mach mal. Wie soll ich eine Halskohle machen? Äh... Hast du schon 2,14? Nein. Hab ich noch nicht abgebaut. Wie soll ich eine Halskohle machen? Ja, du warte doch nicht. Ja. Ja. Ich glaube, wie soll alle sagen? Ich hab zwei Strawberry eins bekommen. Du kannst eins bekommen. Hm. Hölger, ich sehe nichts. Hölger, die sind mir noch nicht jetzt. Hm. Wishing. Ja, ja, so sind die Katzen, die nehmen OK aus sich beim Amtik Seh-Held. Ja. Und sonst ohne Schluss. Ja, keine Bündchen. Ja. 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 Oh, was hast du denn da gemacht? Ähm, ich weiß nicht, ob ich gar nicht mehr rauskomme. Da ist ja... Ja, zieh dich hier weiter zurück, du Feige. Du wirst belagert. Oh! Oh, Putsi ist neilisch, da wird ich... Oh! Ach du, oder? Ähm, ja. Was war das? Ja. Ähm... Oh, Putsi! Äh... Äh... Du hast los verrat, was denn das hier? Ach, du warst hier, Handa. Hinter mir? Ja. Im Haus? Ja, hinter dir, direkt hinter dir. Musst du dich mal lenken. Naau! Aber ich kann nur noch mal dir wissen. Ja, das ist ein Vampir-Jäber. Dann hab ich das auch, Vampir-Jäber. Machst du die jetzt? Alles klar. Ich hab hier keine Blühstücke gemacht. Ich glaube, dass er noch nicht so ist. Aber... Glaube ich. Ich hab hier keine Blühstücke gemacht. Putsi! Verteilung, wenn's gerade zu laut war, die Monster sind einfach nur fucky. Die haben es richtig auf dem Pinsel hier. Ich weiß, warum es nicht mehr geht. Warum? Weil es unten liegt. Ach so? Ah, kein Spaß. Na gut. Dann neigen wir uns für den 1. Dezember um... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist mir egal. Ähm... Langsam das... Um 8 Uhr früh. Ja, um 8 Uhr früh. Wir müssen extra ordentlich an den Tag vroproduzieren, da es ja um 12 ja dann auf dem... Marathin schmissen werden soll. Mach ich jetzt mal so. Ey, der Blutlein. Ey, der Blutlein. Ey, der Blutlein. Ähm... Aber du weißt ja nicht, wann Monster da sind. Ja, ich mein jetzt ja nicht für mich, sondern für die Zuhörer. Mach's komplett aus. Ach so. Ich kann ja hier in mein Programm ausschalten. Ja, stimmt. So... Das ist... Halt... Ich hoffe auch, dass das mit meiner Musik und alles funktionieren wird. Später. Na gut, wir wollen mal gucken. Und... Dann sag ich jetzt hier in diesem Fall... Ciao mit... V. Ich hab eine Wehrmause im Haus. Ähm... Ich mach mal ganz kurz vorgleich. Ich wohne noch reden jetzt. Ich brauche so einen. Ähm... So. Und dann sag mal hiermit... Oder? Ja, komm. Ciao mit Clausen. Wie auch immer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.